bullshit hat der minuten roten flash schießpulver dieses der quats block bei jürgen kannst sie so zu einem jetzt wird wieder nacht das laber und dann seid ihr lang gelaufen wir sind 150 meter so minus 32 minuten 50 ich würde mal wissen wie weit man sich nach oben haben kann bei der hülle macht aber unendlich irgendwann kommst du auf kurz anwohner mit damit ich habe noch 40 durch die kraft zu bringen tp ich weiß nein so was geiles gibt es eine sache in hallo weg so nicht wieder wir ja nicht auf dann die sachen wenn ja auch hey wieso ist noch was nicht mit dann bleibt doch einfach stehen das ist einst das ist das ist wirklich gesagt aber er hat ich habe den ganzen stack er ist doch deine schau war ja hier spitzer ist ja ich kann sehen was du denn noch hier stärker 1 ich hab dann stärke 2 habe ich auch nicht das habe ich auch nicht noch ein bisschen erscheinen oder so was meint das habe ich nie bewegen sich die blöcke eigentlich so oh mein gott animal ich komme gleich wird man habe ich ich bin gehabt so ein bisschen big man gefolgt dafür ja 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 auch hier liegen ja noch mein kraft ist nicht die realität was was nicht was so nein über hat männer eben ein käse von uns als mächte muss man eisen kann auch verbrannt sein so quasi dabei ja gar kein feuer jetzt auch ein menschen ist weiß warum ich war da voll ich weiß ich habe kein bock ein koppel ist dann hat jemand kommen wenn du meinst wenn du von 30 ich auch was ich auch immer zurück erst mal ich war da meine spitzhacken und mein koppel ist da machen wir gleich mal wieder aufbauen ja wir besser bitte ich habe die plötzlichen schaffer in meiner bürger wollt ihr mir wirklich sagen dass wir fünf spitzhacken verbrannt sind schön ich würde dann ja eine schon mehr geben aber ich habe da eine nicht hatte ich habe wirklich nur die ich mir gemacht also gerne noch mal gucken ich habe sie nicht ich habe doch hier ich klicke jetzt einmal ja weiter effizienz 3 haltbarkeit 3 diese richtung wo gehen wir dann lang durch budding mit eisen aber kommen jetzt zeig lang wo es lang geht ja hier lauf hinterher den anderen weg zurück hatte ich muss essen ja hier sieht das ist ja so ein scheiß geist komm her dann da vorne wieder hoch und jetzt lang geht oh gott ich hab doch mein bogen noch weg getan auf sie wie da ist das ist doch meine treppe geil der hat einen goldstreck gejoggt kommt hoch oh mein gott ist ja auch so gut mit gar nicht greifen die typen mich an nein ihr seid cool ne wo geht's hier hin ihr seid cool ne ja ich geh nach oben die greifen an der marius ein unsinn euch um unsinn was seid ihr denn ja ich muss gerade marius zu italien noch von glatt halten wir müssen uns vorhanden zu da drüben ich bin richtig ich bin richtig oh der mich fast erwischt da lang und jetzt alter weg hier oh gott was sein der denn ab ihn hab ihn ich hab ihn getötet ich hab ihn getötet was ist das für ein block ah das ist dieses slime aus der lava oh warte ist nochmal zu viel Baby pass auf ja ich komm zurück weiß auch nicht wo ich lang muss hier ich bin richtig das reicht mir mein gott dann lauf weil ich wieder tag werden Max oh ich weiß wo es lang geht hallo Max was denn ihr seid alle cool ihr greift mich nicht an ist auch cool ne ihr seid alle cool ihr greift mich nicht ja gerne ne ich weiß nicht was so auf geht dann werde das nicht verrückt euch ich hab doch das alles so schlafen können ne ne Grünen kannst du posts zusammen quals Bitte nicht CHRIS BALL Glück gehabt also immer hin ihr seid dann weg Hier sind meine Fackeln. Hier runter. Da unten? Ja. Ich hab das auch verkauft, aber... Da. Genau, meine Fackeln. Schön. Vom Höllentor. Müssen wir mal besser markieren, Spieler. Das sieht doch gut aus. Warum greifen den Spinn Skelette an? Äh, Sebi? Ah, da. Das kommt vor, wenn ein Skelett eine Spinne trifft. Mit einem Pfeil, dann wird die Spinne auf... Wir... Wieder zurück. Natürlich sind wir euch nicht... Ja, warte, komm mal. Seht doch mal. 31... So, warte. So, warte. Ja, ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall ist hier so Stein, nicht? Ja, die Mann. Klingens gebaut. Ja, die Mann. Schau mal gerade aus. Ja, genau, wo Steine die Erde gebaut wurde. Ja, ja, die sind. So ein Erdbeer, aber ich hasse in der Hölle da verjährt. Wir sind nicht mehr rein. Das geht. So schlimm. Wir müssen meine Sachen eigentlich noch liegen. So hoch, ne? Da drüben geht's hoch. Ja, ich suche noch kurz ein bisschen ab. Hier, vielleicht in der... Ja, das ist schon längst die Sporen, wenn die da noch liegen würden. Wartet man noch mal Ende auf. Wartet man noch mal Ende auf. Wartet man noch mal Ende auf. Äh... Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich dachte, wenn man hochlaufen, muss man Ende auf. Ich hab grad von einem... Na, man. Eine Enderperle. Wo läufst du hin? Ja. Wo hast du da von ganz wieder? Ja. Wo läufst du hin? Hä? Hier müssen wir da lang. Mann, wo läuft der denn langweil? Hier oben. Hä? Nein. Lass du da oben. Bist du da oben? Bist du da oben? Ja, wir sollten doch da hoch. Ja, hierher. Ja, hierher. Von hierher. Ja? Mitkommen. Hörgum. Und diese Hunde. Hörgum. Komm mal her. Haha. Hä? Ach Gott, ey. Hölle, ich krieg's nicht so auf. Ich hasse die. Oh ja. Ich will nie eine Hölle. Nice. Ja, wegen den Sachen aber. Jaaa. Genug. Doch. Ja, da bist du gut. Ja, ich hab richtig Fleiß verdornt. Ja, wieso nicht, ne? Ja, wieso? Kommt! Ja, sind doch gleich stark. Kommt ihr grad zurück? Ja. Ja. Achtung. Oh, empfand uns nicht mit offenen Armen. Nee, es leckt mir wieder so, wenn ihr zurückkommt. Jetzt, jetzt. Jetzt hat es wieder magien. Oh, du wachst den Boden drinnen. Ja, das packte ich mal kurz ein bisschen hoch. So, jetzt wird auch. Boah, alles sieht aus, dann machen wir auch nach Hause. Boah, da ist es. Okay. Boah, dich bin ich jetzt oben. Komm her, komm her, komm her, komm her mit. Ja. Ausbildungszeitung. Vor deiner Wand klickt das Ding jetzt, ey. Boah, hegel. Was fängt denn so ein Quas? So, ich nehme eine Abkürzung. Was? Tageslichtsensor. Ja, dann kannst du so ein... ... eine Redstone-Schaltung machen, wenn du Special Blaston hast. Ach, du Scheiß. Nicht da und dann mit Redstone verbunden hast. Dann sieht er es tagesdicht, dann macht er das aus. Und dann macht er, wenn Nacht ist, halbwegs nur, macht er es wieder an. Stirb. Das verbauen wir in der Farm. Das bringt es eigentlich gar nicht. Natürlich bringt es das. Der Farm. Ja. Oh, shit. Nachzunehmen. Ja, weil dann da keiner Monster anguckt oder so weiter? Ich hoffe nicht gut. Stirb, stirb. Genau. Überall machen die die ganze Zeit Brennen. Barsch. Kopf, juhu. Jetzt läuft hier rückwärts. Ja, und das ist aber nicht so stylisch. Bis alle sterben. Eilis. 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 Ah, bleib doch mal ganz ne Schweine hier, Alter. Ja. Ach, Gott, schimmert denn da. Oh, schieß. Genau. Oh, ich weiß nicht. Oh Gott. Julian, bist du bei dir oben? Ja. Hast du mal grad Fackeln für mich? Ja. Nee. Warte, ich komme hoch. Alter. Die Zombies. Wir brauchen Goldschwert. Ah, ich will zu Hause. Ah, fette Beute. Julian, siehst du meinen Namen? Ja. Ah. Essen und Steak. Junge, als ob mein ganzes Holz, mein ganzes Ding, als ob das alles verbrannt hat, ihr hordet das nur und wollt's mir nicht sagen. Ja. Nein. Ihr guckt doch bei mir eine Aufnahme, da siehst du's, was ihr was dann genauso? So, das, er, der Darmstein, darf ich nicht streiten. So. Alles frei. Ich kann ja ne Kohle geben. Erstmal das komplette Nähte Zeug. Oh, ich glaub jetzt ohne Scheiß. Ja, ich hab alles verbrannt, du, du, mein Scheiß. Oh, nicht so, ist doch alles mitz. Oh, nimmst du ein Holz mit. Ja, weil ich grad Holz fahren war und da war. Dann legt man das in der Kiste und geht dann in den Nähter. Ich war aber sofort weg. Genau. Lauf mal zurück. Nein, wer bin ich denn, ey? Kann ich mal ein bisschen Holz, ich muss sogar mit meiner Hand jetzt abfarmen gehen, ey. Ein bisschen aussortieren. Boah, Junge, dann kommst du mir jetzt, ey. Dann geb ich dir Holz. Oh, du rumholst. Ahahaha. Holst. Äh. Äh. Inkompetenz sind eigentlich Zombies. Bei Zaubern. Nein. Oder bin ich wieder. Willkommen zurück. Ja, der Zombie läuft durch meine Tür. Hecker. Ja. Hier können wir auch noch einen Weg hinbauen, ey. Ja, mach ich auch nicht. Ja, mach ich. Ich glaub hier immer noch nicht, wie ich so... wie man zu euch hochkommen soll und was. Götze, ne? so eine treppe und treppenhaus da geht es ja wenn wir das nicht sehen so gut jetzt ist es doch noch mal so sechs nehmen ich muss auch wieder sein was mache ich mit dem Nesserquart, Erz Da kannst du Quart, da kannst du mir schenken Weil hinter der Hose einfach mal so eine richtig fette Höhle In, äh, beim Sand da? Ne, noch weiter So, dann baue ich glaube ich für weiter gleich Ne, da hast du nicht, da ist keine einzige Aufnahme Oh, noch gleich, warte Okay, ja doch Spitzhacke Mach mir noch eine Spitzhacke Ach ja Das geht ja gar nicht Boah, alter, gib mir doch bitte eine Verzerrung für Level 21 Mach der nicht Ach so, so 15, 16 und war 30 Hatte ich ja gerade schon 21, aber dann haben wir uns was weggekriegt Und dann habe ich ihn gar nicht in den 20 So Schutz und Wasser auch noch nicht Kommt schon Level 3, wo es mit Level 3 Da war es so shit Man spiege ich jetzt mal wieder Jump'n Da Das ist Jump'n So Oh, perfekt So Wie immer dann, vielen Dank fürs Zuschauen Und Reingehauen Yo Wir sehen uns dann in der nächsten Aufnahmesession Tschüss 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 Tschüss